In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man für verschiedene E-Funktionen die Grenzwerte ausrechnet und wie man mit Hilfe dieser Grenzwerte dann die Art der Annäherung an die waagerechte Asymptote entscheiden kann. Naja, das kriegt vielleicht für den einen oder anderen von euch ein bisschen verwirrend, deshalb wollen wir an dieser Stelle genau klären, was euch hier erwartet. Angenommen, das ist ja das Schaubild einer veränderten Exponentialfunktion. Und jeder von euch sollte erkennen, dass sich diese Funktion auf der rechten Seite gegen einen bestimmten Wert nähert. Dieser Wert nennt man Grenzwert. Und die Gerade, die diesen Grenzwert beschreibt, nennt man waagerechte Asymptote. Wir wollen hier nicht nur herausfinden, wie man diesen Grenzwert oder waagerechte Asymptote bestimmt, sondern auch, wie sich die E-Funktion an diesem Grenzwert annähert. Zum Beispiel so wie in dieser Abbildung, von oben oder manchmal kann sich die E-Funktion natürlich auch von unten annähern. Also ist diese Annäherung auch eine der Sachen, die wir hier an dieser Stelle erklären wollen. Vor allem ist diese Annäherung wichtig, wenn man selbst solche Funktionen skizzieren sollte. Bevor wir uns allerdings einige Beispielaufgaben zu diesem Thema anschauen werden, gibt es ein paar wichtige Grundlagen, sozusagen unverzichtbare Grundlagen, die ihr auf jeden Fall noch in Erinnerung haben solltet. Sonst wird es wirklich schwierig. Und deshalb schauen wir uns in erster Reihe die wichtigsten Grenzwerte, die uns hier im Zusammenhang mit diesem Thema interessieren. Also was jeder von euch wissen sollte, ist, dass diese Grenzwerte mit dem Verhalten im Unendlichen entschieden werden oder berechnet werden. Und deshalb schauen wir uns zur Erinnerung nochmal das Schaubild der natürlichen Exponentialfunktion. Damit meine ich natürlich die E hoch X-Funktion. Und zur Erinnerung, die X-Achse besitzt nach rechts ein Plusunendlich und nach links so gesehen ein Minusunendlich. Und natürlich das gleiche gilt auch für die Y-Achse. Nach oben wäre das Plusunendlich und nach unten das Minusunendlich. Und jetzt werden wir einfach anhand von diesem Schaubild das Verhalten der E hoch X-Funktion einmal für X gegen Plus und einmal für X gegen Minusunendlich ablesen. Also wenn ihr das Schaubild anschaut, auf der rechten Seite zieht die E-Funktion ziemlich stark nach oben, also gegen Plusunendlich. Das kann man schriftlich auch so wie links eingeblendet festhalten. Also Limes X gegen Plusunendlich von F von X ist gleich Plusunendlich. Und nach links gesehen nähert sich die E-Funktion gegen die X-Achse, also sie nähert sich gegen 0. Das bedeutet Limes für X gegen Minusunendlich von F von X ist natürlich 0. Diese zwei Sachen kann man vereinfacht auch so festhalten. Also bei der ersten kann man vereinfacht auch sagen E hoch Plusunendlich ist immer unendlich und E hoch Minusunendlich ist immer 0 oder nähert sich gegen 0 besser gesagt. Wieso wir das Ganze auf diese Art und Weise brauchen, werdet ihr gleich sehen. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Für dieses Verhalt und Endliche gibt es ja mehrere Darstellungsmöglichkeiten. Ich habe mich jetzt hier für diese mit Limes entschieden. Natürlich kann man das Ganze auch mit Pfeile machen oder schreiben, wenn ihr das so von Unterricht gewohnt seid. So, was noch wichtig ist in Sachen Grundlagen, sind zwei allgemeine Grenzwerte, die man immer im Zusammenhang mit diesem Thema im Hinterkopf haben sollte. Und zwar in erster Reihe, dass irgendwas, also mit dieses A meine ich irgendeine Zahl, geteilt durch unendlich, immer gegen 0 läuft. So, wenn ihr das nicht glaubt, nehmt den Taschenrechner und tippt einfach 2 geteilt durch 100 Milliarden und ihr werdet sehen, ihr kriegt eine sehr, sehr kleine Zahl raus. Man kann ja sagen, dass das näherungsweise 0 ist. Und ebenso kann man sich das Ganze auch ein bisschen andersrum vorstellen. Also, die rechte Formel ist eigentlich die linke Formel nur umgestellt. Das heißt übersetzt, wenn wir irgendeine Zahl durch eine sehr, sehr kleine Zahl nahe 0 teilen, dann kommt ein großes Ergebnis raus. Deshalb plus und endlich. Was ihr von dieser Zusammenfassung letztendlich mitnehmen solltet, sind genau diese Vereinfachungen, hier und hier. Die werden uns sehr hilfreich sein bei den Beispielaufgaben, die wir noch sehen werden. Allerdings, wie ich bereits erwähnt habe, interessiert uns hier nicht nur die Bestimmung des Grenzwertes, sondern auch, wie sich die Kurve an dieser waagerechten Asymptoten annähert. Und deswegen versuchen wir uns noch kurz an die vier Grundschaubilder der E-Funktion zu erinnern. Ich habe jetzt hier für den Anfang wieder die normale E hoch X-Funktion genommen. Und ist ja klar, dass hier wieder Y gleich 0 sozusagen die waagerechte Asymptote ist. Allerdings interessieren wir uns jetzt für die Richtung, von der sich die E-Funktion an dieser Asymptote annähert. Und ich hoffe, dass jeder von euch erkennen kann. Sie kommt von oben, nähert sich an die Asymptote an. Deshalb sagen wir mal so, sie nähert sich gegen 0+. Und wenn wir jetzt ein weiteres Schaubild der E-Funktion nehmen, also das ist auch ein anderer Grundschaubild, E hoch minus X, es handelt sich hier um eine Spiegelung der E-Funktion an der Y-Achse, dann merkt ihr, dass sich auch dieses Schaubild ebenfalls von oben an die Asymptote 0 nähert. Deshalb wäre das wieder 0+. Also, plus hinter der 0 bedeutet, dass sich das Ganze von oben annähert. Übrigens, das muss sich nicht alles gegen 0 nähern. Klar, wir werden bei den Beispielaufgaben sehen, kann sich auch gegen 2, gegen 1 oder was auch immer für einen Grenzwert ergibt, das Ganze annähern. Es gibt noch zwei weitere Grundschaubilder der E-Funktion. Einmal das hier, das ist minus E hoch X, das ist die E-Funktion, gespiegelt an der X-Achse. Wenn ihr das Ganze auf der linken Seite jetzt betrachtet, dann merkt ihr, dass sich diese Funktion von unten an die Asymptote annähert. Deshalb 0- in diesem Fall. Und das letzte Schaubild, minus E hoch minus X, also diese Kurve wäre an beide Achsen gespiegelt. Und wenn wir jetzt nach rechts schauen, nähert sich auch diese Kurve ebenfalls von unten an die Asymptote. Also, was ihr von hier für unsere Beispielaufgaben mitnehmen solltet, sind diese vier Sachen hier bezogen auf die jeweiligen E-Funktionen. Da wir jetzt durch sind mit dieser Grundlage, schauen wir uns natürlich ein paar Beispielaufgaben an. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Berechne den Grenzwert der Funktion. Entscheide, ob sich der Graph der Asymptote von oben oder unten nähert. Wir werden jetzt das Ganze rechnerisch erstmal festlegen oder bestimmen und uns unsere Ergebnisse dann anhand passenden Skizzen anschauen. Also auch bestätigen, dass wir dann nicht falsch liegen. Ob wir jetzt zuerst das Ganze gegen Plus oder Minus nennt sich betrachten, ist völlig egal. Ich fange jetzt an mit X gegen Plus nennt sich. So, und wenn wir jetzt das Ganze gegen Plus nennt sich betrachten, bedeutet das indirekt, dass wir das X oben der Funktionsgleichung mit einem Unendlich ersetzen oder mit einem Plus Unendlich ersetzen. Entsprechend werden wir das dann 2 plus 4 mal E hoch Unendlich haben. So, und jetzt fangen wir dort an, wo wir was zusammenfassen können. Erstmal kümmern wir uns um das E hoch Unendlich. Das bedeutet, das hier wird vorerst noch abgeschrieben. Und E hoch Unendlich ist natürlich Unendlich. Dann können wir hier 4 mal Unendlich rechnen. Also die 2 lasse ich wieder in Ruhe und sage, 4 mal Unendlich ist natürlich Unendlich. Und im letzten Schritt, 2 plus Unendlich ist selbstverständlich auch Unendlich. Also damit haben wir herausgefunden, dass es auf der rechten Seite eigentlich gar keinen Grenzwert gibt. Also wenn Plus oder Minus Unendlich rauskommt bei diesem Verhalten Unendlichen, gibt es keine Grenzwerte. Und wir wissen jetzt, dass die Funktion auf der rechten Seite nach oben geht. Mit der gleichen Taktik könnten wir auch das Ganze für X gegen Minus Unendlich betrachten. Also ich ersetze jetzt das X oben der Funktionsgleichung mit Minus Unendlich. Und wir entsprechen 2 plus 4 E hoch Minus Unendlich. Gut, wir fangen wieder hinten an. Also zusammenzufassen. E hoch Minus Unendlich läuft gegen Null. Aber wenn ihr euch an die Schaubilder vorher erinnert, ist das eine Null plus. Das bedeutet, wir nähern uns von oben gegen diese Null. Und das ist wichtig für uns. Weil wenn wir jetzt weiter zusammenfassen, dann müssen wir 4 mal Null rechnen. Das wäre natürlich Null. Aber weil es eine Null plus ist, bleibt auch eine Null plus. Das bedeutet, dieser Null plus muss dir als eine sehr kleine positive Zahl ansehen. Und wenn ich jetzt zu der 2 eine kleine positive Zahl dazu addiere, dann lautet das Ergebnis natürlich 2 plus. Also, das würde heißen, unser Grenzwert ist 2 und das Plus sagt uns an, dass wir uns von oben an diesen Grenzwert nähern. Und damit wir bestätigen können, dass wir hier keinen Umflug gerechnet haben, hier nochmal das Schaubild dieser Funktion skizziert. Also, auf der rechten Seite könnt ihr ganz gut erkennen, die Funktion geht nach oben gegen plus unendlich. Und auf der linken Seite merkt ihr, dass wir uns von oben an die hier mit rot dargestellten waagerechten Asymptote nähern. Und hier ist die Teilaufgabe b, wo wir natürlich genau das gleiche machen werden. Als erstes wieder für x gegen plus unendlich. Kurz gesagt, ich ersetze überall das x in den oberen Funktionsterm mit ein unendlich. Dann haben wir hier minus unendlich hoch 2 mal e hoch minus unendlich und am Ende plus 2. Okay, unser erster Term. Wir haben vorne ein Minuszeichen und dann kommt unendlich hoch 2. Ich hoffe, dass es euch klar ist, dass das Minuszeichen mit dem hoch 2 nichts zu tun hat. Also, Minus bleibt. Und unendlich hoch 2 ist natürlich unendlich. Also, haben wir hier vorne minus unendlich. Dann, e hoch minus unendlich läuft natürlich gegen 0, aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, von wo denn aus? Natürlich von oben, weil das war von der e hoch minus x-Funktion. Also, wir multiplizieren das Ganze mit einer 0 plus hier. Und am Ende kommt noch plus 2. Und jetzt müssen wir nur noch die ersten zwei Terme verrechnen. Also, 0 mal irgendwas ist 0 natürlich. Aber dieses Minuszeichen vorne ändert sozusagen von dieser sehr kleinen Zahl hinten das Vorzeichen. Also, es ist keine 0 plus, sondern es ist eine 0 minus jetzt. Also, dieser 0 minus sieht ihr jetzt als eine sehr kleine negative Zahl. Und wenn ihr das zu 2 addiert, dann habt ihr eine Zahl, die ein bisschen kleiner ist als 2. Also, kurz gesagt, ihr habt eine 2 minus. Also, der Grenzwert wäre 2 und das Minus gibt dann, dass wir uns von unten an die Asymptote nähern. Jetzt könnten wir das Ganze nochmal gegen minus unendlich betrachten. Also, wir haben dann eingesetzt, minus, Klammer auf. Jetzt wird das minus unendlich hoch 2 genommen. Dann mal e hoch minus, minus unendlich. Und am Ende noch plus 2. So, wenn wir vorne ausrechnen, minus unendlich hoch 2 bleibt natürlich unendlich. Und mit dem Minus davor ist es wieder ein minus unendlich. Hinten e hoch minus minus ergibt e hoch plus unendlich. Und das ist natürlich unendlich. Und am Ende noch plus 2. Das heißt, minus unendlich mal plus unendlich ergibt selbstverständlich minus unendlich. Und minus unendlich plus 2 bleibt minus unendlich. Also, in dieser Richtung haben wir diesmal keinen Grenzwert. Und zur Überprüfung schauen wir uns jetzt noch das Schaubild dieser Funktion an, auf der rechten Seite. Also, für x gegen plus unendlich nähern wir uns von unten an die Asymptote 2, wie ihr erkennen könnt. Und für x gegen minus unendlich geht die Funktion auch nach unten gegen minus unendlich. Die letzten zwei Teilaufgaben sind natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Also, wir legen auch hier los mit x gegen plus unendlich. Und ihr merkt, wir haben diesmal eine gebrochen nationale e-Funktion. Also, e steht unter dem Bruchstrich, sozusagen. Und auch hier werden wir die gleiche Taktik verwenden. Also, wir setzen erstmal unser x unten mit unendlich. Entsprechend haben wir dann 3 durch 1 minus e hoch minus unendlich. Jetzt, die einzige Stelle, die wir hier vereinfachen können, ist dieses e hoch minus unendlich vorerst. Also, die 1 bleibt 1, dann kommt minus. Und e hoch minus unendlich läuft ja natürlich gegen 0 und zwar gegen 0+. Also, wir haben durch diese 0+, hier eine sehr kleine positive Zahl hinten. So, und das ist wichtig, weil wir ziehen jetzt von der 1 eine sehr kleine positive Zahl. Das bedeutet, das Ergebnis unten hier, was wir haben, ist eine positive Zahl, aber die kleiner ist als 1. Und das ist wichtig für unsere Auswertung, weil wenn wir 3 durch 1 teilen, dann haben wir ja 3 raus. Aber wenn wir 3 durch 0,99 teilen, dann haben wir eine Zahl, die ein bisschen größer ist als 3. Deshalb lautet unser Ergebnis 3+. Also, Grenzwert ist 3 und wir nähern uns von oben an dieser waagerechte Asymptote oder an diesen Grenzwert. Auf ähnliche Art und Weise betrachten wir das Ganze jetzt auch für x gegen minus unendlich. Also, ich setze hier ein. 3 durch 1 minus e hoch minus minus unendlich. Gut, wir fangen natürlich wieder bei dem e hoch unendlich da zusammenzufassen. Also, es wäre dann 3 durch 1 minus e hoch unendlich. Und wir wissen, dass e hoch unendlich unendlich ist. Dann haben wir ja 3 durch 1 minus unendlich. Ja, 1 minus unendlich ergibt minus unendlich. Und entsprechend steht dann am Ende 3 durch minus unendlich. Okay, versuchen wir zu verstehen, was wir hier haben. Erstmal teilen wir eine Zahl durch unendlich. Das bedeutet, dass das Ergebnis gegen 0 läuft. Aber, die obere Zahl ist positiv und das unendlich ist negativ. Plus geteilt durch minus ergibt natürlich minus. Also wird das eine 0 minus sein. Also, es kommt eine sehr kleine negative Zahl raus. Und das bedeutet, der Grenzwert ist 0. Und wir nähern uns jetzt von unten an dieser waagerechte Asymptote. Zur Bestätigung schauen wir uns jetzt noch das Schaubild an. Also, auf der rechten Seite könnt ihr ja sehen, die Funktion nähert sich von oben an die 3. Deshalb 3 plus. Und auf der linken Seite nähern wir uns von unten an die Asymptote 0 an. Also deshalb 0 minus. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Wie ihr am Schaubild erkennen könnt, besitzt diese Funktion, weil sie eine gebrochen nationale Funktion ist, auch eine Definitionslücke. Definitionslücke führt dazu, bei diesem Schaubild, dass die Funktion auch eine senkrechte Asymptote hat. Und man könnte auch das Verhalten an dieser Definitionslücke untersuchen. Allerdings ist das nicht Teil dieses Tutorials. Wenn ihr so weit mit dem Stoffenunterricht seid, findet ihr am Ende dieses Tutorials im Abspann im passenden Video dazu. Also wir orientieren uns hier ausschließlich nur an die waagerechten Asymptoten, sonst wird es viel zu viel. So, und nach dem Motto, schlimmer geht es immer, es ist schließlich Mathe, die letzte Teilaufgabe. Okay, auch hier werden wir natürlich das Ganze gegen Unendlich erstmal anschauen. Und bevor ich anfange einzusetzen, das kann man sich auch ganz gut gedanklich vorstellen, haben wir ein riesen Problemchen. Und zwar, wenn wir oben für x Unendlich einsetzen, dann haben wir automatisch Unendlich geteilt durch Unendlich. Okay, nur mal so am Rande, das ist bestimmt nicht eins. Deshalb muss dieser Term, bevor wir mit der Auswertung anfangen, erstmal vereinfacht werden. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, also eine, die öfters in den Büchern steht, aber die ich persönlich nicht so sehr empfehle, ist hier eine Polynom-Division zwischen Zähne und Nenner zu machen. Dadurch könnte man auch diesen Term so zerlegen, dass die Auswertung erfolgt, gar kein Zweifel. Allerdings ist es ein bisschen mühsam. Stattdessen könnten wir eine andere gängliche Taktik hier anwenden. Also, wir setzen noch nicht ein, wir vereinfachen erstmal unser Anfangsterm. Und zwar, oben kann ich ja nichts vereinfachen, da habe ich nur ein e hoch x stehen. Aber unten könnte ich dieses e hoch x im Nenner ausklammern. Also, wir haben zwei Terme hier unten im Nenner. Und wir könnten dieses e hoch x nach vorne ziehen, vor eine Klammer. Das heißt, bei dem ersten Term, wenn ich da e hoch x ausklammere, bleibt nur eine 1 stehen. Und bei dem zweiten Term heißt das, ich teile durch e hoch x. Also, ausklammern bedeutet, ihr teilt immer Terme durch das, was ihr nach vorne zieht. Also, wir hätten dann einfach nur zwei durch e hoch x stehen. So, der Vorteil wäre, an dieser Stelle kann man, weil man hier unten im Nenner jetzt ein Produkt hat, dieser e hoch x wegkürzen in Zähler und Nenner. Also, das hier und das hier würden sich wegkürzen. Und das heißt, im Zähler bleibt dann nur noch eine 1 stehen. Und unten im Nenner schreibe ich einfach mal das ab, was noch übrig ist. Also, 1 plus 2 durch e hoch x. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diesen Term jetzt kann man auswerten. Also, das sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Deshalb fangen wir an und setzen nun endlich ein. Also, wir haben hier an dieser Stelle 1 durch 1 plus 2 geteilt durch e hoch unendlich. Na gut, wir können hier wieder zusammenfassen und zwar hier unten hinten. Dann haben wir 1 durch 1 plus. So, e hoch unendlich ist unendlich. Und 2 geteilt durch unendlich läuft natürlich gegen 0. Und das ist eine positive 0. Also, das bedeutet, das ist wieder eine sehr kleine positive Zahl. So, wie hilft uns das weiter? Na ja, wenn wir unten jetzt den Nenner zusammenfassen, dann haben wir 1 plus eine sehr kleine positive Zahl. Das bedeutet praktisch, dass wir hier eine 1 plus haben sozusagen. Also, eine Zahl, die ein bisschen größer ist als 1. Und wenn ich 1 durch beispielsweise 1,1 teile, dann kriege ich eine Zahl, die kleiner ist als 1 raus. Also, das Ergebnis wäre an dieser Stelle eine 1 minus. Das heißt, Grenzwert ist 1, aber wir nähern uns von unten an die 1. Und jetzt noch die letzte Runde für x gegen minus unendlich. Ich setze jetzt natürlich minus unendlich wieder in unsere zerlegte Funktion oben. Entsprechend haben wir dann 1 geteilt durch 1 plus 2 durch e hoch minus unendlich. Und ich fange mit dem Zusammenfassen wieder hinten an, also unten rechts. Also, e hoch minus unendlich läuft gegen 0. Und zwar eine positive 0. Dann 2 geteilt durch eine sehr kleine positive Zahl ergibt natürlich unendlich. Und ja, unter dem Nenner, 1 geteilt durch unendlich läuft gegen 0. Und zwar natürlich eine positive 0. Also, eine sehr positive kleine Zahl. Deshalb lautet unser Ergebnis 0 plus. Also, Grenzwert ist wieder 0. Und wir nähern uns von oben an die 0. Wenn wir uns jetzt noch zur Bestätigung das Schaubild dieser Funktion anschauen. Also, auf der rechten Seite, was wir zuerst erledigt haben, merkt ihr, die Funktion nähert sich von unten an die waagerechte Asymptote. Und auf der linken Seite nähert sie sich von oben an die 0. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch natürlich auch waagerechte und schiefe Asymptoten bei der E-Funktion interessieren. Außerdem habt ihr gesehen, dass die Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion, Verschiebungsstreckung und vor allem Spiegelung für diesen Thema auch eine Rolle spielen. Und natürlich auch noch Exponentialgleichung könnten von Bedeutung sein. Wenn bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.